Hallihallo Leute, ich begrüße euch heute ganz herzlich zur sechsten Episode von IOSA's World. Wir befinden uns hier gerade im Abfallschacht von unserer Witchworm, das heißt von hier oben werden die Witches runterfallen, 30 Blöcke habe ich mal gemacht, damit die auf jeden Fall tot sind, falls die irgendwo festglitschen, wenn die hier unten aufprallen werden, sind sie tot. So sieht das Ganze aus, unten habe ich das Ganze mal mit einem wenig gehärteten Lehm verkleidet und ansonsten habe ich mir gedacht, dass wir das Ganze hier einfach mit Stonebricks verkleiden, da das ja eigentlich nur ein simpler Schacht ist, das war zumindest der erste Gedanke, aber im zweiten Gedanken habe ich mir gedacht, wir bauen hier irgendwo eine Aussichtsplattform, damit wir die ganzen Hexen hier runterfallen sehen können und deswegen, da wir in die Richtung gucken werden, sieht das Ganze so aus. Ich erinnere mal die Sicht, hüpfe wir hoffentlich jetzt runter, so und deswegen habe ich mir gedacht, da wir von hier nachher gucken werden oder hier oben eine Glaswand reinziehen, gucken wir direkt auf eine Witch und die habe ich halt aus verschiedenen Materialien hergestellt. Ich versuche mal ein bisschen höher zu gehen, damit man das vielleicht einen Ticken besser erkennt. Und zwar besteht die, wie gesagt, aus mehreren Teilen aus einfach gehärtetem Lehm, ansonsten aus Schneeblöcken, hier hinten Glowstone mit gefärbtem Glas, sodass die Augen leuchten. Hier oben hat ja die Hexe zumindest auf dem normalen Texturenpack ein Juwelo oder sowas drin, das habe ich versucht durch hellgrünes Glas, Limegrass ist das glaube ich, zu ersetzen dahinter, habe ich auch eine Lampe gemacht und dann habe ich versucht, das Ganze nochmal so ein wenig 3D-artig zu machen, das heißt, ich habe das Ganze nicht nur 2D-mäßig gemacht, sondern wirklich die Figur so ein wenig aus dem Berg herausgearbeitet. Ich denke mal, dass kein Monster oder keine Hexe, wenn die hier runterfällt, hier hängen bleibt, da das Ganze eigentlich genau auf der Wandhöhe ist und selbst zwischen diesen Blöcken hier ein Block Sicherheitsabstand ist, sodass die Hexe da eigentlich nicht hängen bleiben sollte, sondern wirklich direkt hier auf den Boden aufschlägt. Insgesamt habe ich hier oben die Auffangmaschine, den Auffangschacht ein wenig anders gebaut als im Tutorial, da ich mir gedacht habe, da im Multiplayer halt sehr, sehr viele Lacks entstehen, vor allem beim Ein- und Ausloggen, dass halt manche Hexe zum Beispiel nicht genau in diesem Plattformbereich runterfallen, sondern wirklich anderthalb Blöcke hier runterfallen und das heißt, die würden überleben oder erstmal hängen bleiben oder gar nicht runterfallen. Deswegen habe ich das Ganze um 1 erweitert, sodass diese Grundplattform nochmal um 1 sozusagen umfasst wurde und jetzt sieht es so aus, dass wir halt sozusagen einen ziemlich breiten Schacht haben, der komplett hier runtergeht. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele Kisten und Hoppers gemacht. Jetzt ist endlich mal unser Eisenvorrat ein wenig abgebaut worden, da wir einfach sehr, sehr viele von diesen Eisensachen hierfür brauchen. 27 habe ich jetzt noch 64 oder ein bisschen mehr habe ich glaube ich schon verbaut und da wie ich ja in der letzten Folge schon erwähnt hatte, dass das hier oben die Half Slabs, ähm, Stone Slabs, besser gesagt, ähm, transparente Blöcke sind, heißt es auch, dass wenn ein Monster hier drauf fällt, dass die Items hier nicht drauf liegen bleiben, sondern eingesammelt werden. Das ist auch noch bei Redstone Blöcken so und auch noch bei Sand, äh, Soul Sand so. Das heißt, wir können hier eine schöne Decke so drüberziehen und trotz allem saugen die Hopper bzw. Trichter die Sachen ein. Alle habe ich jetzt hier, alle sind unter diesen Half Slabs und die sind jetzt alle zu Mitte hin verbunden und die tun das jetzt erstmal alles hier in diese kleine Kiste. Und das nächste, was ich jetzt gleich hier machen werde, ist einmal diesen Raum hier wieder ordentlich verkleiden. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich, ähm, genau 24 Blöcke in diese Richtung graben, dass wir genau unter unserer, ähm, Standplattform sind, so dass wir halt die optimalen Spawn Rates haben. Dann werde ich trotz allem, obwohl das die Spawn Rates ein wenig herabsetzen wird, hier eine Glasfant reinziehen, so dass man mal ab und zu mal gucken kann, wie die hier runterfallen und dass man natürlich auch noch das schöne hier Hexen-Ebenbild sieht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das hier gebaut habe. Dann werde ich hier hinten mit euch zusammen nochmal eine kleine Sortiermaschine bauen, zumindest für die Items, die hier rauskommen. Und ihr könntet mir ja jetzt schon mal kurz in der Zeit schreiben, was ihr von diesem Hexen, ähm, ja, Hexenartigen Skin haltet und wie ihr, ja, denkt, wie der aussieht. Ich würde sagen, bis gleich. Ich habe die Farben gerade eine halbe Stunde laufen lassen und wie ihr seht, Spawn wirklich ab und zu dort ein paar Hexen drinne. Ähm, wie ihr seht, fallen die auch runter, deswegen war diese Hopper-Glock, ähm, in der letzten Folge sehr, sehr wichtig, damit die Pistons immer wieder nach links und nach rechts schieben, bis halt wirklich, ähm, ja, die Hexe runterfällt. Ich habe jetzt soweit unten erstmal alles fertig gemacht. Ich hatte vorhin schon zweimal versucht, das aufzunehmen, wie man das baut. Das ist mir jedoch gründlich schiefgegangen, da mir immer irgendein kleiner Fehler unterlaufen ist. Jetzt habe ich das Ganze auf jeden Fall richtig am Laufen und ich versuche euch das jetzt auch erstmal so zu erklären. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar das Erste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir jetzt hier uns nach unten fallen lassen und dann landen wir hier unten. Jetzt fragen sich die meisten bestimmt, hm, was ist das? Ja, das ist eine ganz normale, einfache X-Way-Device, das heißt Glowstone, das ist ein transparenter Block. Man könnte auch Whetstone-Blocken nehmen. Und hier ein paar Minecarts, damit man sich da rein glitschen kann und vier Stück, damit die nicht so schnell fahren. Ich mache das jetzt mal so. Und jetzt können wir mal gucken, was wir hier in der näheren Nähe für Ölen haben. Ja, hier vorne seht ihr schon unsere Sortiermaschine und dann hier jeweils sehen wir die Höhen. Es sind also, wie ihr seht, hier wirklich eine ganz, ganz schöne Menge an Höhlen, die halt wirklich halfgeslappt und ausgeleuchtet werden müssen. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Aber eigentlich muss man sagen, geht das ganze Areal hier wohl einigermaßen. Es gibt deutlich schlimmere Bereiche mit viel mehr Höhlen. Aber ich denke mal, so konnte ich euch gut zeigen, wie man hier normalerweise relativ schnell Höhlen findet und die Größen zumindest auch ausleuchten kann. Wenn man raus will, muss man wieder Schiff drücken und kriegt ein halbes Herz Schaden. Schwimmt hier hoch durch das Wasser. Und dann befinden wir uns hier am optimalen Punkt der Farm. Das heißt, wenn man in diesem Bereich, der hier eingezäunt ist von Glowstone Lambs und Whetstone Blöcken, wenn man hier drin steht, sind die Spawn-Raten optimal, wenn alles ausgeleuchtet und halfgeslappt wurde. Und so sieht der neue Bereich aus. Ich habe gedacht, ich bleibe jetzt erstmal bei diesem gehärteten Clay. Das gefällt mir sehr, sehr gut damit zu bauen. Und deswegen habe ich mir davon noch einiges besorgt und das hier eingesetzt. Und wenn man hier drückt, kommt man zurück zum Nether, weil ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, wie man einen angenehmen Weg nach oben baut. Und leider ist es nicht so schön. Deswegen habe ich gedacht, kann man durch die Portale gehen. Hier vorne kommen wir zum Lagersystem. Aber bevor wir dahin gehen, gehen wir jetzt nochmal zu Witch Farm. Und die funktioniert auch. Ich denke mal nicht, dass hier jetzt großartig was runterkommt, da wir ja wie gesagt jetzt nicht mehr optimale Spawn-Rates haben, da wir ja nicht mehr in unserem 128er-Radius sind. Und als erstes habe ich hier vorne vier Fenster hingesetzt, die so ein bisschen was Kathedralen-ähnliches haben. Die sind jetzt gemacht mit dunklem, dunklem gefärbtem Glas. Und wenn man hier nach oben geht, werden wir das Ganze nachher hier ein wenig ausbauen, so dass man hier schön aus dem Fenster schauen kann. Hier ist gerade einer gestorben sogar. Dass man hier schön aus dem Fenster schauen kann, während die Witches zumindest eine geringe Anzahl hier runterfällt. Die ganze Verkabelung ging ja bis hier hin. Und von hier führt die jetzt hier rein direkt zu unserer Sortiermaschine. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch direkt hin. Und dann schauen wir uns mal an, wie das geht. Ja, davon hatte ich ja dabei beim Baumhandel zweimal gefällt, deswegen hatte ich das eigentlich auch mit aufgenommen. Hat aber nicht ganz geklappt, da ich nicht wusste, wo die Fehler sind. Und so sieht das System aus. Als allererstes, ich erkläre euch, dass man am besten am Fluss der Items, da das meister am 11. ist, sieht so aus, dass die Items hier alle entlang kommen. Und da wir hier ein aktives Redstone-Signal haben, sendet der Hopper seine Ware nach unten. Hier unten sind aber vier Slots, jetzt von mir zum Beispiel schon mit Eiern belegt worden, und sechs mit Sticks. Das heißt, es werden nur noch Sticks hier raussortiert. Ich gehe mal hier hin. Wenn und dann, wenn hier die maximale Zahl überschritten wird, das heißt, sie dürfen maximal zehn Items im Hopper sein, dann empfängt der Comparator ein Signal, leitet das weiter. Und dann wird das Signal hier an diesen Hopper geleitet, und der nimmt sozusagen einen Stick in Empfang und tut den dann nachher in die Kiste hier, 21 Stück. Das sind nämlich die Items von der Hexe. So, das gleiche passiert auch hier mit Gunpowder, hier mit Glowstone-Dust, hier mit Zucker, hier mit Spider-Eyes, hier mit Glass-Bottles und hier mit Redstone. Und am Anfang habe ich gedacht, das wäre kaputt, aber es waren nicht in allen Item-Hoppern sechs Sachen drin. Das muss ich halt erst mit der Zeit, wenn die Farm läuft, auffüllen. Und hier seht ihr schon, dass nach einer gewissen Zeit halt doch recht ansehnlich viele Sachen gekommen sind, obwohl das Ganze halt noch nicht optimiert ist. Gleichzeitig kann es sein, dass hier auch mal ein paar Items sind, die nicht hierzu gehören. Das ist sehr, sehr selten, kann aber passieren. Deswegen haben wir hier oben eine Ausnahme-Chess, wo sogar schon zwei Pfeile drin sind. Und so sieht das Ganze hier nochmal aus. Das aktiviert halt alles, wie gesagt, hier immer die verschiedenen Comparator. Die aktivieren das halt, wenn da das richtige Item drin ist und leiten das dann halt in die Kiste weiter. Ist ein wenig komplizierter. Ja, das war es eigentlich von dieser Sortiermaschine. Das heißt, unsere Farm ist in dem Sinne, im technischen Sinne schon mal fertig. Es muss halt, wie gesagt, sehr, sehr viel noch ausgeleuchtet werden. Das passiert jetzt auch irgendwann. Und ich würde mich jetzt daran setzen, dass wir hier das Ganze ein wenig designen. Das heißt, ich werde jetzt, bevor wir mich gleich wiedersehen, werde ich auf jeden Fall hier vorne alles neu designen. Das heißt, ich werde das Lager hier schön verkleiden, hier ein paar Schilder hinsetzen, das Ganze ein bisschen ausbauen, so dass das einigermaßen gut aussieht. Das Gleiche werde ich auch mit allen anderen vier Seiten machen. Und hier wollten wir nachher einen Weg zu unserer Iron Golem Farm machen. Und ansonsten werde ich hier noch einen etwas größeren Weg machen, hier die Beobachtungsflächen hin machen. Und eventuell werden wir, auf jeden Fall nicht heute, aber in irgendeiner der nächsten Folgen, werde ich auf jeden Fall hier eine automatische Brewing-Station bauen, da das sehr, sehr nützlich ist, da wir einfach sehr, sehr viele Items haben, die wir sonst nicht kriegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein wenig am Design gearbeitet habe. Und Entschuldigung nochmal hier, für meine etwas erkältete Art. Ich bin momentan doch wieder ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, das ging noch soweit. Okay, bis gleich. Wir sind zurück. Wir hatten vor einigen Tagen unseren allerersten Livestream. In diesem haben wir für die, die nicht dabei waren, die Caves hier drunter ausgeleuchtet und so die Spawnrates hier erhöht. Die sind jetzt massiv höher, der Nils und ich haben abseits des Streams nochmal sehr, sehr viele kleine Höhlen und große Höhlen hier ausgeleuchtet. Vor allem da hinten waren noch einige sehr, sehr große Höhlen mit Rissen oder mit riesigen Rissen drin, die wir halt komplett ausleuchten mussten. Und ansonsten haben wir halt sehr, sehr viel Zeit investiert, auch kleine Höhlen auszuleuchten, sodass die Spawnrates deutlich hoch gehen. Ich bin mittlerweile bei einer Spielzeit von, ja, 2,4 Tagen, 2,5 Tagen angekommen. Zu viel, ich weiß, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und das zeigen wir euch gleich, wie die Witch Farm abgeht. Ansonsten haben wir das ganze Design, oder die Witch Farm, in einem ganz simplen Design eingepackt. Das Teil sieht so aus. Wir haben leicht getöntes Glas, was mit Kohle gemacht wird, wird halt hergestellt. Das ganze ganz simpel umrundet und das mit einem Radius von, glaube ich, einem kleiner als den äußeren Radius verkleidet, sodass man halt noch drunter her schwimmen kann und die Farm halt sozusagen nichts an ihrer Effizienz verliert. Dadurch, dass hier irgendwelche Blöcke zugebaut werden und so sieht das ganze ganz simpel gut verkleidet aus. Ein paar Ranken noch dran gemacht und fertig ist das. Deswegen habe ich mich auch jetzt gedacht, zeige ich das nicht im Video, weil das ist etwas, ja, sehr, sehr simpel. Das braucht nicht jeder, denke ich mal, von euch sehen. Das weiß eigentlich jeder, wie man das baut, ganz simpel gemacht. Gerade ist die, wie gesagt, ausgeschaltet und Nils ist gerade dabei und wird sich jetzt erstmal mit mir kurz hier hinstellen. Denn, wie gesagt, in diesem Bereich haben wir die maximalen Spawnrates und ich werde das Teil jetzt erstmal einschalten und dann können wir mal schauen, ob die Witch Farm genauso gut funktioniert, wie wir das auch schon auf Kamera getestet haben. Sollte sie natürlich, da das ja alles ein Programm ist und kein Zufallsgenerator. Und dann schauen wir mal, ob die Witches da drin ist, spawnen. Wie gesagt, beim Server ist es halt ganz, ganz wichtig, dass beide Personen dann in diesem Bereich stehen, da das Ganze sonst einfach nicht gut funktioniert, da halt sonst die Spawnrates geteilt werden auf zwei Personen und da wir beide hier stehen, sollte es perfekt funktionieren. Also hundertprozentig von dem, was wir halt herstellen können. Und wie ihr seht, geht das schon ganz schön gut ab. Das heißt, wir haben so ungefähr pro Sekunde ein bis zwei Witches, die halt in der Regel spawnen. Manchmal spawnen vier, wie ihr das jetzt gerade gesehen habt, hier nochmal vier, da zwei. Und so kriegen wir halt die ganze Zeit Witches. Das kann jetzt theoretisch ewig lange weitergehen. Und so können wir auf jeden Fall eine ganz schöne Menge an sehr, sehr seltenen Rohstoffen euch präsentieren. Das zeige ich euch gleich mal. Wir haben die jetzt ungefähr mit Aufnahmen und so anderthalb Stunden vielleicht laufen lassen gehabt bei voller Auslastung. Und man kriegt so, so super viele Sachen, was ihr euch alles gar nicht vorstellen könnt. Und ich würde sagen, wir gehen runter und dann zeigen wir euch mal die ganze Verkleidung. Der Fall hier runter hat sich nicht geändert. Die Wände sind immer noch so klobig, wie sie sind. Aber hier haben wir schon einiges umgestellt. Ich würde sagen, ich fange mal hier beim Lagerraum an. Und der sieht so aus. Das Ganze ist auch hier in diesem, mit dem gehärteten Clay halt verkleidet. So das Ganze hier schön grün ist. Und ansonsten habe ich die Müllkiste, wo halt seltene Monster, falls die meine Monster spawnen, dass die ihre Loots hier hin tun. Hier ist die Kiste, hier ist ein kleiner Mülleimer, wo wir die Sachen halt drinnen verbrennen können. Und hier habe ich einfach über unsere Kisten oder unser automatisches Sortiersystem ganz simpel ein Item über die Sortiermaschine halt ein paar Schilder aufgehängt, so dass wir sehen können, was da drin ist. Und das sind die Erträge von so, ja, einer bis anderthalb Stunden. Und wie ihr seht, kommen wir fast auf die vorgegebenen 8000 Items. Also können wir auf jeden Fall damit zufrieden sein. Und so haben wir auf jeden Fall einen unendlichen Bedarf an Redstone und all unseren anderen Sachen. Das heißt, wir haben erstmal für die wichtigsten Sachen jetzt hier im Spiel ausgesorgt. Ich habe das Ganze jetzt auch schon in der 1.8 Pre-Patch-Version mal ausgetestet, ob das Ganze gut funktioniert. Ich habe mir die Welt runtergeladen, die einmal draufgeschmissen bei mir in Singleplayer und funktioniert immer noch einwandfrei. Wie gesagt, simple Designs sind meist besser, da die halt meistens nicht kaputt gepatcht werden. Und das hat sich auch mal wieder bei der Iron Golem Farm entschieden. Und zwar, wenn wir uns für eine modernere beziehungsweise eine effizientere Version entschieden hätten, zum Beispiel die Iron Trench, die wäre in Zukunft kaputt gepatcht worden. In der 1.8 funktioniert diese nicht. Das heißt, wir haben dadurch einen relativ großen Nachteil. Was ihr hier jetzt seht, ist der komplett ausgeleuchtete Bereich von uns. Wie gesagt, das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, den ganzen Bereich auszuleuchten. Aber ich würde sagen, dass so plus, minus 80% der Sachen, die hier drin sind, ausgeleuchtet sind. Also 80% ist auf jeden Fall ausgeleuchtet. 10% machen die Slime-Chanks aus, die hier sind. Und vielleicht ist 10% nicht ausgeleuchtet, vielleicht auch weniger. Ich kann das jetzt selber nicht so gut einschätzen. Vielleicht sind es auch 95%. Und wie ihr seht, kommen hier die ganze Zeit viele Items rein. Denn immer wenn eine Lampe blinkt, wird ein System oder wird ein Item in das System einsortiert. Wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Und wie gesagt, in Zukunft können wir das auf jeden Fall noch effizienter machen. Ist aber kein Muss. Wenn wir jetzt hier hingehen, kommen wir zu Witch Farm, also zum sichtbaren Teil. Und hierzu habe ich einfach ein ganz simples Design gewählt, denn wir werden hier, denke ich mal, nicht viel Zeit verbringen. Und deswegen die Decke hier mit Half-Slips verkleidet. Hier immer noch den ganz normalen Clean Stone gelassen. Hier ein paar schöne Gesichter hingetan. Und wenn wir dann jetzt hier hochgehen, tadaa, kommen wir zu unserer Witch. Die Spawn-Rates sind, wenn wir jetzt hier stehen, halt wie gesagt nicht optimal, da ja dort hinten irgendwelche Höhlen wahrscheinlich geladen werden. Aber man sieht immer noch hier, dass genug Hexen runterkommen, so dass unser System gut befüllt werden sollte. Ja, wie gesagt, eine ganz, ganz schöne Menge ist das auf jeden Fall. Hier drinnen haben wir uns so ein bisschen am Kathedralen-Design orientiert und gleichzeitig versucht, so ein bisschen das Ganze mit dem oberen Stil zu verbinden. Das heißt, wir haben auch hier dunkles Glas eingesetzt, so dass die Hexe dort ein wenig gräuseliger aussieht. Ansonsten habe ich hier wieder unsere grüne Linie beibehalten, genau wie hier ein bisschen Wasser-Axente gesetzt. Und hier Lava. Das Ganze schön ausgeleuchtet, hier ein bisschen verkleidet und das Ganze halt nochmal 1 zu 1 gespiegelt auf der anderen Seite. Und so können wir jetzt schön gucken, wie die ganzen Witches sterben. Ja, wenn wir jetzt hier runtergehen, sind wir dann, wie gesagt, wieder zurück. Und wenn wir uns dann in diesem ausbeleuchteten Bereich stehen, sind die Spawn-Rates wieder optimal. Hier hinten soll, wie gesagt, unser kleiner Tunnel entstehen, mit dem wir halt, wie gesagt, zu unserer Base kommen. Und wenn wir jetzt hier hingehen, kommen wir zu unserem Nessar-Portal. Nils war so nett und hat das Ganze jetzt mal nachgeschaut, wie man synchronisierende Nessar-Portale herstellt, beziehungsweise Portale, die man synchronisieren kann. Ich weiß nicht, könntest du das mal kurz erklären? Also es gibt so eine Seite, da kann man die Koordinaten des Portals auf der Oberwelt angeben. Ja. Und dann rechnet der einfach aus, wo das dann im Meter sein sollte. Also man rechnet, wie gesagt, gibt die oberen oder unteren Koordinaten ein und der gibt ja dafür die richtige Koordinaten für die Ober- oder Unterwelt rein. Und so kriegt man dann halt, wie gesagt, unendlich viele. Eigentlich kann man Portale nebeneinander setzen. Und diese sind dann halt auch richtig synchronisiert. Das ist das Portal, wie gesagt, für die Farmen. Und wenn wir jetzt zu unserem, zu unserer Iron Golem Farm wollen, gehen wir einfach hier oben diesen kleinen oder aufwendigen Weg hoch. Wie gesagt, wir werden das nachher noch alles schön verkleiden. Aber jetzt werden wir erstmal versuchen, unsere Grundrohstoffe zu sichern, so dass wir erstmal gut hier leben können. Wenn der schwere Ausstieg bewältigt ist, müssen wir nur noch ein paar Meter, seht ihr ja auch hier, zu unserem Portal gehen. Und dann kommen wir fast direkt bei der Farm raus. Also ein Block, glaube ich, neben der Farm oder so ist nicht viel. Hier kommen wir raus und sind dann halt in der Oberwelt. Ansonsten habe ich unser ganzes Eisen hier fast entfernt. Ein bisschen hat sich, wie gesagt, wieder angesammelt und das Ganze zu Blöcken gemacht. Die haben wir jetzt in unserer neuen Rohstoffkiste reingepackt. Schon eine ganz schöne Menge. Fünf Stacks mit 64 Blöcken auf Iron, also sehr, sehr viel. Und ansonsten sind hier unsere ganzen, ja, Spitzhacken und die ganzen anderen Sachen, wie Lapis Lazuli, das halt in der 1.8 benötigt wird, um zu verzaubern. Ansonsten haben wir hier Gold, Obsidian haben wir noch gefarmt, damit wir die ganze Portale synchronisieren können. Und ein paar andere ohne zu Dinge. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Wie gesagt, die Witch Realm war ein sehr, sehr zeitintensives Projekt, was auf jeden Fall noch nicht fertiggestellt ist, denn wir wollen da auf jeden Fall noch eine Hütte hinbauen. Wir wissen selber noch nicht, wie gesagt, wie die ausschauen wird und das wird auch irgendwann erst in der nächsten Folge passieren, denn, wie gesagt, wir wollen erst mal hier nur die Funktion sicherstellen und die ist auf jeden Fall gewährleistet, wie ihr vorhin gesehen habt. Ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne das Video bewerten. Das hilft uns immer sehr, sehr weiter und vor allem schön viele Kommentare schreiben, sodass wir euch ein wenig mit in das Projekt einbinden können. Und in der nächsten Folge werden wir uns um was auch immer gerade da oben zu sehen war, kümmern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Freitag um 16.30 Uhr wieder einschaltet. Wir sind raus für heute. Ciao, ciao!